Meine Damen und Herren, willkommen zu Rezeptfrei. Das Thema Fahrradfahren steht in der aktuellen Klimadebatte und in den Zeiten von Corona ganz hoch im Kurs. So bemühen sich viele Städte, das Radwegenetz auszubauen und es gibt viele Wettbewerbe, wie zum Beispiel Stadtradeln oder mit dem Fahrrad zur Arbeit, um zum Umstieg auf das Fahrradfahren zu motivieren. Doch schützt Fahrradfahren nur die Umwelt oder gibt es auch wissenschaftliche Hinweise, dass es auch gesund ist? In einer aktuellen Studie wurde bei einer Gruppe mit einem sehr hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt und Schlaganfall, die gesundheitlichen Folgen des Fahrradfahrens untersucht. Über 7400 Personen aus zehn Ländern wurden über knapp 15 Jahre beobachtet. Zu Beginn und während der Studie wurde abgefragt, in persönlichen Interviews, wie häufig und wie lange die Teilnehmer das Fahrrad nutzen. Im Beobachtungszeitraum verstarben mehr als 1600 Personen. Im Vergleich zu Personen, die zu Beginn der Studie angaben, dass sie überhaupt gar kein Fahrrad fahren, sank das Risiko zu versterben mit der Dauer der Fahrradnutzung. So sank das Risiko zu versterben um 25 Prozent, wenn das Rad nur pro Woche ein bis zwei Stunden genutzt wurde. Dabei sank sowohl die Gesamtsterblichkeit als auch das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall zu versterben. Auch wer zu Beginn kein Fahrrad fuhr, aber sich dafür entschied, im Laufe der Studie damit anzufangen, hatte im Vergleich zu jenen, die weiterhin kein Fahrrad nutzen, ein signifikant geringeres Sterberisiko. Tja, diese Daten zeigen, Fahrradfahren ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit. Ich hoffe, das ist ein wichtiger Ratschlag für Sie und vielleicht fangen Sie auch morgen an, wenn Sie es noch nicht tun, Fahrrad zu fahren. Und ich wünsche Ihnen wie immer eine rezeptfreie Zeit. Ihr Stefan Martin